Hallo YouTube und herzlich willkommen zum nächsten abschließenden Fazit der Zockstube. Ich habe das Spiel Face Your Fears 2 komplett durchgespielt und möchte euch gerne mein abschließendes Fazit dazu mitteilen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt rund um die Oculus Quest, dann abonniert den Channel, um nichts zu verpassen und macht das Glöckchen an. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim abschließenden Fazit zu Face Your Fears. Ja Leute, dann möchte ich gerne anfangen mit den, ich nenne sie mal, übergreifenden Informationen. Face Your Fears ist dem Genre Abenteuer bzw. Horror zuzurechnen. Es ist im Oculus Quest Store für 19,99 Euro verfügbar. Und ja, in Face Your Fears müsst ihr euch, oder Face Your Fears 2 müsst ihr euch verschiedenen Ängsten stellen. Im ersten Teil war es so, dass ihr verschiedene bestimmte kurze Szenen hattet, wo ihr euch einer beängstigenden oder bedrückenden Situation ausgesetzt habt. In diesem Spiel ist es so, also in Face Your Fears 2, grundsätzlich anders. Ihr habt zwei Storys, die ihr durchspielen müsst. Und das ist einmal die Untersuchung und die spielen im Jahr 1983 und Schatten der Vergangenheit, die Story spielt 2013. Und die sind auch miteinander verbunden. Ich möchte aber jetzt nicht zu viel spoilern, das müsst ihr dann schon selbst herausfinden, ist aber spannend gemacht. Die Story dreht sich um, das Harvest House, so heißt es. Und da passieren verschiedene paranormale Aktivitäten. Ihr seid dabei, die herauszufinden, zu erforschen, was es damit auf sich hat. Oder vielleicht landet ihr in einer Story auch völlig zufällig im Harvest House. Tja, und seid dann diesen paranormalen Phänomen ausgesetzt. Vielleicht war es auch nicht ganz zufällig, dass ihr da gelandet seid. Das weiß man ja im Nachhinein nie. Die Downloadgröße liegt bei 2,16 GB. Ist also schon ein Spiel, was ordentlich Platz einnimmt auf eurem Speicher. Einstellbare Sprachen, riesen Pluspunkt. Es gibt eine deutsche Synchronfassung. Aus meinem Blickwinkel eine sehr, sehr gute Sache. Untertitel könnt ihr auch einstellen. Die Bewertung im Store ist leider nicht so ganz rosig. Bisher waren wir da immer bei den Spielen, die ich hier gereviewt habe, im grünen Bereich. Da sind wir jetzt bei 3,7 von 5 Sternen. Also, ja, gerundet 4 von 5. Das klingt dann wieder nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon, der vierte Stern ist nicht ganz voll, wenn ihr euch das zum jetzigen Zeitpunkt anschaut. Die Altersfreigabe liegt bei USK 12. Grund dafür sind ängstigende Inhalte und Gewalt. Das kann ich so bestätigen. Das ist schon wirklich, ja, Gewalt. So ist das. Information zum Entwicklerstudio. Das Entwicklerstudio sind die Turtle Rock Studios. Die kennen wir auch schon von einem anderen Game auf der Oculus Quest, nämlich Journey of the Gods. Also, Face Your Fears ist genau vom selben Entwickler wie Journey of the Gods. Jetzt möchte ich gerne zur Bewertung im Detail kommen. Mein erster Eindruck war, ja, ich habe die Story Schatten der Vergangenheit gespielt. Eigentlich nicht ganz chronologisch. Ich hätte eher mit dem anderen Teil anfangen sollen. Ähm, ja, es, ich war sehr angespannt. Ich hatte viele Schocker-Momente dabei. Ich habe mich wirklich erschrocken. Waaah! Oh. Und auch wenn die Grafik hier und da, ähm, auf der Oculus Quest hätte besser gelöst werden können, ist das völlig ausreichend und es sieht auch gut aus. Ihr seid in der Atmosphäre gefangen, sonst hätte, also, wäre ich nicht in der Atmosphäre gefangen gewesen, hätte ich mich sicherlich nicht so erschreckt. Und, ähm, ihr seid da eben stark drin. Ähm, die Story ist auch sehr interessant. Man möchte dann immer, immer mehr herausfinden. Es gibt manche Aufgaben, die man machen muss, wo ich sage, also, ich möchte jetzt offen zu euch reden, die sind komplett hohl. Ähm, dass man, ja, ein paar komische Puppen zusammenbauen muss, ähm, weiß jetzt nicht, ob das so in der Ausführlichkeit nötig ist. Ähm, habe ich ein bisschen nervig empfunden, ist aber nur so ein kleiner Teil des Spiels. Also, insgesamt sehr stimmig, äh, sehr schlüssiges Konzept. Und, ähm, ja, hat mir sehr, hat mir gut gefallen. Hat mir sehr gut. Ich muss da so ein bisschen mit den Kategorien aufpassen. Das Spiel hat mir gut gefallen. Ähm, die Spaßverlaufskurve zu dem Spiel, natürlich habe ich die Zettel hier nicht vorbereitet. Das sind die, ich weiß gar nicht, von irgendeinem anderen Game. Nimm ich mal die Rückseite. So. Also, aus meiner Sicht war die Spaßverlaufskurve so, ähm, wie bei jedem Spiel habt ihr ein Pacing. Also, es beginnt spannend, weil, ja, weil es halt losgeht, weil irgendein Trigger gesetzt wird, der die Story lostritt. Dann habt ihr mal Ruhe, was zu machen. Dann kommt wieder ein Spannungsmoment, Ruhe, Spannungsmoment und halt auch Schocker dabei. Ähm, was bei diesem Spiel wirklich besonders ist, ähm, da hat sich jemand Gedanken um die Story gemacht, auch beide Storystränge miteinander zu verknüpfen. Und es endet in der Regel mit einem Reveal. Also so, oh. So ist das also. Und, äh, wenn ihr diesen, dieses, äh, dieses Gefühl haben wollt, empfehle ich euch zuerst Schatten der Vergangenheit zu spielen und dann die Untersuchung. Ich glaube, dann kommt dieser Aha-Moment, ähm, am ehesten raus, weil, äh, ihr dann erstmal in die Story geworfen werdet und so ein paar Grundlagen erst im Nachhinein geklärt, äh, werden. Also, meine Empfehlung spielt erst Schatten der Vergangenheit und dann die Untersuchung. Auch wenn es nicht chronologisch ist. Die technische Gesamtqualität, Bugs, Abstürze, Ladezeit. Ich hatte keine großen Bugs, keine großen Abstürze. Die Ladezeit war okay. Ich kann mich zumindest an keine nervige Ladezeit erinnern. Ähm, das Thema Lokomotion. Ähm, bei Face Your Fears hatte ich, als ich die Quest neu hatte, das erste Mal das Gefühl, dass mir richtig schlecht wird unter der Brille. Das lag zum einen daran, dass ich, ähm, VR noch nicht gewöhnt war. Und das ist jetzt deutlich besser. Nichtsdestotrotz hatte ich bei diesem Spielen, ähm, auch das Gefühl, dass mir ein bisschen schlecht wird. Musste mal Pause machen. War aber der Lokomotion geschuldet. Also, ich hab mich, ich hatte nicht einen Teleporting-Modus, sondern bin da durchgelaufen. Und da kann es mal vorkommen. Ähm, nichtsdestotrotz war das jetzt kein, kein großer, rechne ich das nicht als großen Minuspunkt an. Das ist eben, äh, VR geschuldet und ist dann in vielen Spielen so. Damit haben viele Leute Probleme. Es gibt nur einen Einzelspieler-Modus, ähm, die Spieldauer liegt bei circa drei Stunden, zumindest bei meinem Durchspielen. Ich hab beide Level in ungefähr drei Stunden geschafft. Lass mich mal überlegen. Ich hatte Schatten der Vergangenheit, da hab ich eine, eine Viertelstunde gebraucht und die Untersuchung eine Dreiviertelstunde. So ungefähr drei Stunden Spielzeit. Der Wiederspielwert, ähm, es ist ein Story-getriebenes Spiel und bei Story-getriebenen Spielen ist eben der Wiederspielwert eher gering. Ist der Sache geschuldet. Kann, ähm, Face Your Fears nicht zu, sondern das haben alle anderen Story-getriebenen Spiele eben auch. Ja, Vergleich zu ähnlichen Spielen, Horror-Kategorie ist im Moment auf der Oculus Quest noch nicht so vertreten. Deswegen, ähm, schwierig da einen Vergleich zu ziehen. Wenn man vielleicht mal so ein bisschen dieses Horror-Genre verlässt und sagt, ja, was kann man denn experience-mäßig oder, oder, ich sag mal, abenteuermäßig vergleichen. Da ist sicherlich, ähm, Red Matter, äh, eine Vergleichsoption. Wobei natürlich Red Matter einen Ticken anders funktioniert. Die Rätsel sind da aus meiner Sicht, ähm, etwas komplexer und umfangreicher und vor allem mehr Rätsel. Ähm, ja, aber wenn, es geht ja nur darum, wenn man einen Vergleich sucht, dann würde wahrscheinlich Red Matter da aus meiner Sicht relativ gut passen. Die abschließende Bewertung. Der Gesamtspaßfaktor, aus meiner Sicht ein gutes Spiel, äh, was ich auch wirklich gerne durchgezockt hab. Und, äh, was aus meiner Sicht insbesondere durch die deutsche Sprachfassung punkten kann. Hat man im Moment nicht in, äh, in jedem Spiel. Für mich ist das so ein bisschen ein Gefühl wie Urlaub machen. Man kann einfach zuhören und konsumieren und muss nicht noch genau hinhören, ähm, was, was da gesagt wird. Weil, weiß ich nicht, Englisch ist dann doch eben ein Übersetzung, Übersetzungsschritt im Kopf mehr. Ja, wenn ihr damit kein Problem habt, äh, dann ist das absolut cool. Dann müsst ihr den, könnt ihr die letzten 30 Sekunden einfach vergessen. Äh, die Story ist spannend, äh, vor allem in dem Moment, wo man erfährt, wie die zusammenhängen. Aber ich glaube eben, wie ich es gerade gesagt hab, der größte Aha-Moment kommt eben, wenn man erst Schatten der Vergangenheit, also die 2013er Story spielt und anschließend die Untersuchung, die 1983er Story. Zur Preis-Leistungs-Bilanz, ähm, ich hab gesagt, ich hab drei Stunden dafür gebraucht, das sind 180 Minuten. Das Spiel kostet 19,99 Euro. Das macht, und wie passend ist denn diese Zahl? 6,66 Euro je Spielstunde. Äh, wir hatten bis jetzt mit Shadowpoint eine Anwendung, die auch günstiger war, ja. Ja, aber es ist trotzdem, wenn man andere VR-Experiences, ähm, betrachtet, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist wirklich ein Spiel, es ist nicht nur so ein 45-Minuten-Ding, wo ihr schnell durch seid, oder womöglich wie, ähm, wie bei anderen Apps, Bonfire fällt mir da gerade ein, wo ihr in 20 Minuten durch seid. Nein, hier habt ihr wirklich, ja, Stuff. Hier habt ihr wirklich was zum Spielen. Und, ähm, ja, deswegen kann ich nur sagen, mein Ersteindruck hat sich völlig bestätigt, und, ähm, ich kann euch bei diesem Spiel eine Empfehlung geben. Natürlich gibt's bessere Spiele auf der Quest, aber das Spiel hat Spaß gemacht, das Spiel hat Schocker-Momente, und wenn ihr auf Horror steht, dann kommt ihr eigentlich an Face Your Fears auf der Oculus Quest nicht vorbei. Allein wegen der fehlenden Konkurrenz. In Verbindung mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich euch da nur eine Kaufempfehlung geben. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, was Face Your Fears angeht, äh, ob die Anwendung was für euch ist oder nicht. Und, ja, wenn euch dieses Review gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen oben da. Falls ihr das erste Mal auf diesem Channel seid, würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und das Glöckchen anmacht, damit ihr künftige Videos nicht verpasst. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.